Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Wir schauen uns heute die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen wichtigen Tipp für Ihren Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts zu verpassen, abonnieren Sie kostenlos diesen Kanal. Los geht's! Karriere Sie schweben heute auf Wolke 7 und Sie haben auch allen Grund dazu. Sie haben einen großen Vorteil in der Arbeitswelt. Lassen Sie die anderen nicht glauben, dass Sie die Oberhand haben. Sie sind derjenige, der alle guten Karten in der Hand hält. Erfolg ist heute automatisch. Gesundheit Es ist an der Zeit, dass Sie sich Gedanken darüber machen, welche Ziele Sie in Bezug auf Ihre Gesundheit haben. Es ist unmöglich, das Ziel zu erreichen, wenn Sie innerlich ein Wirrwarr von Gedanken sind. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Ruhe haben, die Sie brauchen, um klar und ausgeruht denken zu können. Wenn Sie Zugang zu diesen Lebensmitteln haben und sie vertragen können, sollten Sie in Erwägung ziehen. Rüben vergessen Sie nicht, dass Rübengrün mit etwas Knoblauch, Zitrone und Olivenöl sortiert köstlich schmeckt, Tomaten und dunkelgrünes Gemüse zu Ihren Mahlzeiten hinzuzufügen, um Ihre Leber zu reinigen. Konzentrieren Sie sich vor allem darauf, eine Gewohnheit von leichter Bewegung zu entwickeln, die Sie fast jeden Tag ausüben können. Ihr Geist könnte eine Pause davon gebrauchen, sich im Kreis zu drehen, und eine der einfachsten Möglichkeiten, dies zu tun, ist die Ausübung körperlicher Aktivitäten, die Sie in Ihrem Körper verankern. Liebe Die heutige Astralenergie könnte darauf hindeuten, dass zumindest eine Beziehung von den harmonischen Einflüssen profitieren wird, die um Sie herum herrschen. Wenn Sie gerade dabei sind, jemanden neu kennenzulernen, werden Sie feststellen, dass sich Ihre Beziehung auf sehr angenehme Weise verbessert. Sie beide haben viele Gemeinsamkeiten, die es Ihnen ermöglichen werden, viele Dinge gemeinsam zu unternehmen, was Ihnen ein Erfolgserlebnis bescheren wird. Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Finden Sie heraus, was Ihre Ziele und Träume sind. So viele Menschen wandern ziellos durch das Leben und nehmen sich einfach jede Kleinigkeit vor, die Sie gerade brauchen. Entscheiden Sie stattdessen, wie Ihr perfektes Leben aussehen soll, und setzen Sie die Schritte in Bewegung, um diesen Ort zu erreichen. Das Befriedigendste auf der Welt ist es, eine Herausforderung zu meistern und ein Ziel zu erreichen. Wir sind am glücklichsten, wenn wir wachsen und auf etwas Besseres hinarbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop nicht zu verpassen. Bis bald!